Ja, wir spielen jetzt sogar was Modisches. Meint man gar nicht. Okay, wir sind mal mit der Shotgun. Oh, wir haben sogar... Stimmt ja, wohl vergessen. Können wir sich auch mal wieder verwenden. Okay, wir bleiben erstmal bei allem. Haben wir Premiere was freigestellt eigentlich im Sturm? Jo, haben wir. Kostet? Zu wenig. Ach, what's 12.000? What the hell? Moment, wir können einen Schusstest machen. Jo, wir kommen direkt hier rein. Okay, bewegen kann ich mich nicht. Ich kann wirklich nur schießen. Oh ja, das hat schon wirklich Punch. Relativ wenig Rückstoß. Nur kein Visier dran. Das ist eine coole Sache, dass wir einfach so reingehen können und die testen können. Jetzt nehmen wir mal die Waffe. Oh, wobei ich sagen muss, die hat auch relativ wenig Rückstoß. Welche Waffe macht denn mehr Schaden? Nein. Die haben wir... Ja, die macht eindeutig mehr Schaden. Das hört man aber irgendwie auch. Okay. Auf zur Mission. Könnte ehrlich gesagt richtig, richtig, richtig viel Zeit in dem Menü verbringen. Bist du verletzt, solltest du dich in Deckung begeben und deine Pistole trittieren. Doppel-Overkill hält länger als Einzel-Overkill. Gut zu wissen. Zum Rathaus gelangen. Haben wir mal. Creepen garantiert hier schon irgendwo rum. Gehen wir mal gleich hier ein Cover. Feinde. Feinde. Ich hab mich schon aneignet. Ich mich auch. Oh shit. Muss ja ahemmern. Genau, drück seine Fresse weg. Was war immer mit dem... Oh. Oh, oh, oh shit. Oh shit. Ich kann nicht meinen Kill genießen. Ich hab hier richtig da ein Messer da stecken. Wir sind am Ende in der Straße. Ich sollte mich da positionieren. Rennen, rennen. Ah, die Maske ist schon cool. Die Battlefield-Maske auf jeden Fall. Hallo. Was war das denn jetzt für eine Action-Stunt-Rolle hier? Geil. Rollt sich da vor mir rum. Wird direkt gekillt. La, la, la. Muchachos. Wo bleiben meine Tacos eigentlich? Enchiladas, Tacos. Nichts. Chimijanga. Bringt mich jedes Mal zum Lachen. Chimijanga. Wenn ihr schon mal mexikanisch gefressen habt. Oder einfach gegessen habt. Wie auch immer ihr gerade esst. Lass es mich mal in den Kommentaren wissen, was euer Lieblings mexikanisches Essen ist. Ich liebe Tacos. Obwohl, Enchiladas sind eigentlich auch ziemlich geil. Manchmal komme ich mir hier echt vor wie Turntauben schießen. Weil die machen meistens nie was. Und die tragen alle keine schutzsicheren Sachen. Oh, schutzsicheren Sachen ist auch noch ein gutes Wort. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Die lassen da. Die Schnauze ist hier ziemlich gut. Oh, na komm. Scheiße, muss nachladen! Los, weiter! Oh, das ist kein Ding. What the hell? Wo kommt der denn her? Boah! Boah! Oh mein Gott! Rennen, 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 rennen. Ich habe es nicht aktiviert. What the hell? Das ist ja richtig Verschwendung. Ah, Lockvogel ist so, dass ich die Aufmerksamkeit quasi auf mich ziehe und er den Kill macht. Logisch. Irgendwie fuck die Shotgun. Ich weiß nicht. Boah, schon vorbei? Ey, die Abschnitte sind ja mal so dermaßen kurz. Das geht ja gar nicht. Hm. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Da ist auch total wenig passiert. Wir sind da ein bisschen durchgelaufen. Und das war es auch, ehrlich gesagt. Das wäre jetzt zwei von vier in der Mission. Hm. Naja, ich weiß nicht wirklich. Wir haben eine neue Shotgun. Ich weiß nicht, ich mag die Shotgun irgendwie nicht so. Ich finde es besser, im Nahkampf wirklich schneller schießen zu können. Weil wenn man daneben schießt mit der Shotgun, hat man wirklich schlechte Karten. Weil man frisst sofort so viel Schaden. Das geht eigentlich gar nicht. Wir machen einfach mal weiter. Mann, wenn man Gesichtstattoo machen lässt, da ist das quasi so viel wie ich hab keinen Bock mehr. Gib mir einfach lebenslänglich. Ja. Dann kriegt man wirklich kein Angelboot mehr. Na, da ist was dran. Deshalb tragen wir auch eigentlich diese richtig, richtig, richtig geilen Masken. Irgendwer creept hier wieder rum. Da dachte ich mir. Also sind wir auf der richtigen Fertig. Wir kämpfen uns mal durch. Okay. Na komm, ich will mein Auto eben benutzen. Haha. Das ist so dumm. Man kann anfangen, kurz wirklich 5 Kilometer daneben haben und der zielt genau drauf. Okay, rücken wir ein Stückchen weiter. Vor allem gefährlich, zwischen den Autos zu stehen. Wenn die Dinger in die Luft fliegen. Oh, fuck. Oh, gut. Kann man noch rausgelaufen. Intelligente KI heute. Oh, klar, klar, klar. Komm mal her, du Mama Mia. Enchilada Taco Explosion Kind. Och, komm. Wie den Kili abstauben, ne? Wirst du bezahlen. Komm her. Wahnsinn, Leute. Na, flüchten sie schon alle. Nix klettern. Ey, ich hab den beschossen. What the hell? Wow. Wir drehen ja richtig am Rad. So geht das, Mann. Hell yeah. Kann er hier oben irgendwie? Nope. Hell yeah. Da hast du davon, wenn du so ne scheiß Moves hier ziehst. Geh euch den 0 von 0 Punkten. Boah, ist aber nett, ne? Also... Wir sind gleich da, Sir. Laufen wir zumindest. Laufen wir zumindest. Oh, shit, das Auto. Ah, ah, ah. Benutzt keinen Overkill. Vergiss es nicht für die paar Leute. Konzentrier dich. Wir müssen den Hügel rauf. Ja, den sollst du angetieren. Genau den. Go, 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 go. Ich bin voll am Overkill-Montur. Das ist nicht gut. Was ist die denn wieder? God damn it. Ich habe mir gar nichts passiert von dem Auto-Explosions-Dingen hier. Diese Kartell-Wasser, der meint wirklich ernst. Soll wohl ne Botschaft sein. Ja. Wer Cordero-Wer jetzt kriegt ne Kugel in die Hügel. Oh, Explosionen überall. Da, ich sehe ihn. Der stand aber irgendwie gerade nicht da. Panzerfaust erledigt. Los! Fucking finally. Guten Tag. Guten Tag. Gehen die Lichter auch gerne schon mal aus. Wir machen es wie beim letzten Mal. Einer lenkt das Ding ab, der andere flankiert vom Dach. Ja. In die Kugeln reinlaufen fände ich auch cool. Ich gebe dir die Räuberleiter. Weil ich ne faule Sau bin und du lieber die Arbeit machen sollst. So geht's. Ich kann ja schon mal die Idioten ausschalten, die richtig, richtig, richtig nerven. Ich bin hier komplett zerschossen. Niedergehalten. Komm schon, gib da mal Gas. Ich habe keine Munition mehr. Okay, der hat's geschafft. Können bis zum Taxi vorrücken. Ich führ noch meine Pistole. Overkill. Na gut. Können wir die Shotgun für nehmen. Boah, schön, wie ich nichts treffe. Ah, der erste. Jetzt werde ich zersäbelt. Okay. Muss schon sagen, relativ gut gepanzert. Soll es explodieren nicht, wenn ich draufgehe, ne? Okay. Autorexplosionen machen keinen Schaden in dem Spiel. So, sieht das aus. Was ist denn Shotgun-Action hier? Ich werfe ne Splittergranate! Boah, die springt wie so ein Ping-Pong-Ball. Splittergranate! Splittergranate! Irgendwie macht die mal gar nichts. Arschlöcher überall. Schnapp dir das MMG. Ja, yeah. Jetzt muss ich die eigentlich auch nicht mehr schnappen. Gibt's der da noch dran? Ah, naja, der geht hoch. Kann ich den Befehl geben, dass er wieder runterkommen soll? Und dann vergiss es! Ja. Ne, wir müssen hier rein. Mach hin! Mag ich doch. 9000 noch was. Aber immer noch nicht Level 5. So eine Scheiße. Kommt noch. Muss jetzt erstmal ein bisschen Kohle sparen. Hallo? Ich bin der Overkiller. Holy fuck. Das wird noch ein heftiger Kampf. Boah, die Sau. Scheiße, ne? Getroffen. Kommt noch da jetzt raus. Geht doch! Kein Problem! Boah, da ist hinter mir einer? Was ist das denn? Oh, nee. Boah, Glück gehabt. Oh, dass er die Position da hinten gewechselt hat. Ne, Bär! Oh, Mensch, oh! Erle mal. Arriba! Andale, andale! Der ist ja gut. Ne, ne, ne. Nicht da, nicht da, nicht da. Oh, shit! Ey, ich geh kaputt. Geh gleich drauf. Was ist denn dieser scheiß Idiot da hinten? Gut, 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 gut. Alter, ich verreckt doch. Ey, wird von den Beinen genockt, von den Kugeln steht direkt wieder auf. Super geil. Schon wieder von hinten. Au. 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 Boah, der hat sich schon angemacht. Na, Shotgun, ne. Oh, 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 oh. Okay. Da knallt er mir eine. Direkt mit dem Tod bestraft. Hey, wieder einer. Der nächste. Schießen wir die Witzfiguren ab. Das Spiel muss man langsam wieder was episches hierher geben. Irgendwelche Helikopter, die uns angreifen oder so. Mist. Ach, hallo. Guck mal, hier bin ich. Ja, fein. Ja, guck mal. Ne, 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 ne. Mein Ke. Ha. Hier hat Feierabend. Wollen wir wieder abstauben? Sauber. Sauber. Also los, den Treffpunkt sichern.